Hallo Leute, Jasko ist hier. Ich begrüße euch herzlich zu Tekken 7. Ich habe mir das Game heute in Saturn geholt. Release Date ist eigentlich morgen, der zweite erste, aber glücklicherweise kam es heute raus. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut. Wir starten jetzt mit dem Intro. Ich bin echt gespannt auf das Game. Und los geht's. Endlich ist es da. Das war ja in Teil 1 gewesen. Ja, jetzt geht's mir. Ich bin mein Geist. Ich bin ein Geist. Ich habe das, als die Wesen, für die viele Menschen, die sie zerstören können. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Entschuldigung, Entschuldigung 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 Hm 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 Der Kleine Katsuya Ja, war ein cooles Intro Auf jeden Fall Jetzt bin ich mal auf das Gameplay gespannt Ich spiele Tekken seit Teil 1 Seitdem es auf der PS1 war Ich bin wirklich gespannt auf das Game Leute Naja, hier bin ich jetzt Beginner Damals Bei Tekken 6 war ich Raijin und Tekken Lord Das ist jetzt das Hauptmenü Mal sehen Mishima Story Ja, das werde ich auf jeden Fall gleich erstmal starten Online Modus später Ich möchte erstmal natürlich die Charaktere kennenlernen und testen Offline Modus Ja, fürs Training Anpassung Option Ja Ich stelle mal gerade meinen Controller ein Okay Aulei Wieso war das für euch 1 Ja, das brauche ich nicht für den Charaktere Direkt Raijin Ja, so lasse ich das Boah, ich bin wirklich so gespannt Und ich freue mich, dass ich jetzt endlich geschafft Ich habe schon gedacht, dass es Anfang des Jahres kommt Aber leider wurde ich enttäuscht Okay Leute, wir starten jetzt mal die Story Schwierigkeitsgrad Ja, machen wir erstmal ein Mittel Um mal rein zu kommen Ich habe zuletzt Tekken-Tek-Tournament 2 gespielt Das war auch schon etwas länger her Aber ein wahrer Tekken-Kämpfer Verlernt nie die Tricks Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Und ich bin so schnell Und ich bin auf der ersten Liste Ich habe den ersten Liste den Mann auf seiner Vater Und ich habe es geschafft Es hat gesagt Vater Vater Ich werde dir das Ich werde dir das Oh Ja, du bist Jetzt Ich werde dir das Jungs Ich werde dir das Ich werde dir die Hoho! Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Mann. Ja, bei Teil 1 hat er ja seinen eigenen Son von der Klippe geworfen. Das ist mal ein krasser Vater. So viel zur Fürsorgepflicht. Ich bin mal gespannt, wie die Story aufgebaut ist. Ob es sich nur um die Mishimas trägt oder ob die anderen Charaktere auch mit eingebracht werden. Leider kann man bei Playstation nur die Clips eine Stunde aufnehmen. Ich hoffe, dass ich es bis dahin durch habe oder naja, wenn nicht, dann mache ich einen zweiten Clip. Macht euch keine Sorgen Leute. Ah, Nina, die kleine Maus. Schaffe Mieze. Ja. 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 Das Kreis I once called home, was now just an ashen field. And streets echoed with the memories of playing children and delivery trucks. Everyone I loved has been lost in the past. That day, my old life ended, and a new one began. In my loneliness and despair, a hatred inside. But it wasn't very interesting. I'm not alone in the past. I'm a young lady. I'm not alone in my life anymore. The country is late. I'm a young lady again. I'm not alone in my home. I'm not alone in my home. Hä? Das ist doch Feng Wei, oder? Geil. Das ist einer meiner Lieblingsfighters. Ah ne, dort nicht. Hey Hachi. Hey Hachi. What are you doing? What are you doing? Catch it, catch it, quick. See ya, see ya! Hey, hey, hey! Ich bin hier! 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 Pain in the neck. Du willst jetzt hier ja tschi spielen oder was? Das wäre ja hier, gell? Das ist für mich! Du Atlanta. shooster Rind. Ah, geil! Ah, geil! BAM! Das erinnert mich schon damals, Tekken Fours. Nur viel, viel besser hier. Ja, Patrik ist keine Schlosser. Gute! Gute! Das ist er! Richtig! Ja, 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 ja. Was? 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 Was so funny. Was? Was! 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 Was this? Was? 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 Was... Was! Was? Ich darf nicht verlieren. Nein! Nein! Oh Gott! Oh oh! Rage Mode, okay. Das ist diese neue Mode bei Tekken. Mal sehen, wie ich das aktiviere. Rage. Die Tassenkommunikation. Mit einem Tassenauspunkt. Die Standardtassen. Ah, okay. Aber okay, schon. Meine hat sie leider abgebildet. Boah. Aber ganz anderes Kampf, die Linke. Richtig krass. Aber ganz anderes Kampf, die Linke. Richtig krass. Ich muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich muss euch das kurz über die Linke ausleihten. Ich mache einen Blick erst eine Ausatmungin. Aber ich muss euch die Linke ausleihnen. Chischer, wenn man das nicht mehr übernimmt, ist es nicht so eine Rolle auswenden? Nein! Ich bin viele Lachen. Ja, ich bin die Lachen. Ich bin die Linke auswenden. Ich bin zuallergen. Es ist super, die Lose meiner Meinung zu sein, ist es nicht so wichtig. Ich bin ja, die Lachen zu gewinnen. Ich bin ja, das ist nicht so wichtig. D싫ungsvolle, ich bin ja, die Lachen ausw Ausatmung. Einen 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 0 0 0 0 0 0 0 0 Was ist das? Ja, 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 ja. der King of Iron Fisturna bloated the airwaves, day and night. Aber none of that mattered to me. Von my grab room, I just stared up at the human sky, looking for a ray of hope. The concept of people seemed so vain. Who torched my hometown? The Mishima Zaibatsu? Or was it G-Corporation? With the war submerged in chaos, who could tell? In the darkness, a fellow reporter visited me and offered me a ray of hope in the form of an expose on G-Corporation. G-Corps were at war with the Mishima Zaibatsu, and it appeared that they had the public on their side. People believed that the Zaibatsu had started the war. So it was only natural that they saw G-Corps as their saviors. However, my reporter friend came into my hotel and barely able to attain his excitement, sending me back to the future. It revealed G-Corps towards true colors, which conflicted with the Republic and the Republic. The picture shed light, and the lights on the incident had occurred. And the aliens, you'll find it clear. I consensus that they didn't appear at the Jessie here. Get out of here. So the Japanese in the Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. 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 In reality, an attempt by G-Corporation to take out one of their own, the man they had targeted came vain for revenge. The mist target's name was Azu-Yeli. After disposing of the guilty parties without so much as dirtying his hands, das war's für heute. Das war's für heute. Die Welt ist in der Zeit, die Menschen, die Menschen erfüllen, können. Heute ist der Zeit, die Welt in der Welt zu haben. Das ist das Zeit, das die Welt zu haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr seid so, ihr seid so. Ah, Claudio ist erinnert. 2-1-2-3 2-3 Das ist ein Scheiß. 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 Okay, jetzt er ist das. Das kriegst du im Schmuck. Ich glaube, ich kann es da. Das ist nicht schlecht. Ah, Rage hit. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja! 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 Wasp! Ja! Jetzt kriegst du's. Also diese Rage-Art ist cool auf jeden Fall. Jetzt kriegst du's. 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 gerade. Ja mit der IHACHI bin ich nie so gut gewesen und ich muss auch wieder mal hier reinkommen. Dieser Claudius ist auf jeden Fall stark. Den werde ich auch mal testen nach dem Story. Die Mishimas waren die Wohrwahrers, die von der Mishima waren die Wohrwahrers, die von der Mishima waren. Ich habe die Wohrwahrers, die Mishimas waren die Wohrwahrers. Die Mishimas waren die Wohrwahrers, die der Tire und die Mhutina und die Welt zu verlassen. Die Advent der Welt, die Kapitalizeden auf die Militärung des Militärung. During my researches, I came across two significant issues. The first was Chiwachi, head of the mission at Land during the war, before he was conflicted, and reacted accordingly against the organization in the military, which was all that it's been on his behalf of his legacies. However, all that changed when Heihachi trusted control of the family health, proceeding to rename the organization for the Mishima Zai Batsi. As its head, Heihachi secured its reputation as a world-leading military friend. Which brings us to the second name, Jin Kazama. Seizing control from Heihachi, he reigned over his empire until all. He was also the one who started this damn war, which took everything from me. I dreamed of killing him there in my bare hands. The devil is every time he is, I will ask you to get our intelligence and we're always of your spirit. Jin Kazama! Jin Kazama. So, quelli in der Mitte des Geis supera perfino quello di Casolio Un momento Che fosse losse Do you know something? Ci hanno riferito a un essere disumano che è apparso in estremu' Hmm, ninguém zue Tatsächlich, e' sull'età inusai inu sae inu saem So, that was genius, genius Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Ich bin jetzt hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Freeze! Freeze! Hm. Cuss. Ah, here he's told his annoying character. He's, uh, Shao Yin. The Arab. The same, uh, hackles. I say, stay up, that way, away! Now, now, now! Do it! Do it! What's that, Sam? Ah. Ah. Are you, man? Yeah. Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Ha, ha, ha. Oh, my God. 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 Was ist das? Die Story ist auf jeden Fall gut gemacht. Wie im Film, wie noch keiner sagt. Die Story ist auf jeden Fall. 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 Oh, 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 oh. Jetzt wird ihr hier in Rage, Mann, komm. Oh, scheiße. Ich hoffe, das. Geil. Jetzt Marschallung 9. Komm. Ich will auch meinen machen, wenn ich das heiße. Jetzt. Was? Verfehlt? Was ist denn das, Alter? Wie konnte ich denn das verfehlen? Natürlich ein Rageversuch. Das ist einfach. Fuck, fuck. Oh, God! Jetzt kriegst du es. Geil. Der Lee ist cool, der ist echt cool. Wir sind nicht. Ah, was ist das? Ich bin, wenn es nicht so schlecht ist, ist es. Ich bin, wenn das nicht so schlecht ist. Oh, wie ist das? Oh, was ich so schlecht? Ich bin, dass du nicht so schlecht ist. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. So he knew Kazu of G4G. And once shared a rivalry with him. I listened intently, excited about this new breakthrough. To please knowledge went beyond that of any article I had written. What he said next, though, on Subway. He continued. Everything is Kazuot. He's been shot from me. What would you think? How did you think of that? How did you think of that reason? The reason for you. I was thinking of it. Master, this is the mayhem. Ah! Was? Oh! 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 I don't know where to go. I'm not even here. Oh, no. No, no. No, no. No. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020